Willkommen beim Tipps zur Sporternährung Cheerlösungen. Hier ist Matt, ich bin dein Einkaufsführer, bitte folge mir. Heute stelle ich euch einige wundervolle Produkte vor. Es ist Fitnessheimtrainer mit Pulsensoren, 8 Widerstandsstufen, verstellbarer Sattel, Nutzergewicht bis 120 Kilogramm. Eigenschaften 8-stufiger magnetischer Widerstand. Unser Fitnessbike im prägnanten Modellbaustil ist mit mehreren einstellbaren Einstellungen ausgestattet, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Benutzer gerecht zu werden. Dieses Fitnessfahrrad verfügt über einen 8-stufig einstellbaren Magnetwiderstand, mit dem der Benutzer eigene Trainingsprobleme einstellen kann. 7-Loch-Einstellung. Der Sitz hat 7 Löcher zur Einstellung und Sie können die Höhe auf 15 cm einstellen. Das kann eine geeignete Höhe für verschiedene Personen sein. Und noch etwas, die rutschfesten Pedale mit verstellbarem Riemen darüber, dann kann fast jeder Fuß unabhängig von der Größe fixiert werden. Digitales LCD-Display. Dieses moderne Design-Fitnessrad ist mit einem digitalen LCD-Display ausgestattet, um mehrere Daten Ihres Körpers während des Sports zu überwachen, wie Geschwindigkeit, Zeit, Kalorien, Gesamtstrecke und Herzfrequenz und die beiden Griffe können auch die Herzfrequenz über die Taste für den Benutzer testen. Darüber hinaus wiegt das Schwungrad 5 kg und ist mit einem magnetischen Widerstand ausgestattet, der das Schwungrad in beide Richtungen bewegt. Rücksichtsvolles Design. Unser Fitnessfahrrad verfügt über einen Getränkehalter zur Unterstützung der Tasse, mit dem der Benutzer während des Trainings Wasser auffüllen kann, und einen Part-Telefonhalter, um Ihren Unterhaltungswunsch beim Sport zu erfüllen. Sie können das Ziel erreichen, während des Trainingsmusik oder Filme zu genießen. Bequeme Nutzung. Dieses Fitnessrad im prägnanten Stil verfügt über ein Transportwellenrad, um einen bequemen Transport und Bewegung zu ermöglichen. Wir haben das Werkzeug- und Zubehörpaket mit dem Fitnessfahrrad geliefert, um dem Benutzer die Installation der Geräte zu erleichtern. Bitte teilen Sie uns mit, wenn während der Installation Probleme auftreten. Gerne bieten wir Ihnen den After-Sales-Service und die Montageanleitung an. Beschreibung. Unser Fitnessrad im modernen Design mit prägnanter Modellierung ist eine wunderbare Wahl für Ihren Heimfitnessplan. Dieser Heimtrainer hat ein cooles Aussehen mit Schwarz und Blau, das einen ruhigen und weisen Eindruck vermittelt. Dieses stylische Fitnessrad ist mit mehreren einstellbaren Konfigurationen ausgestattet, um Ihren unterschiedlichen Körperbedingungen gerecht zu werden. Und dieses Gerät verfügt über technische Elemente, um während des Sports einen Überwachungsservice zu bieten, damit Sie Ihren Körperzustand in Echtzeit kontrollieren können. Das rücksichtsvolle Design macht Ihr Sporterlebnis vernünftiger und wissenschaftlicher, gleichzeitig würden Sie mehr Sicherheit während der Übung haben. Die ruhige und reibungslose Erfahrung würde es Ihren Familienmitgliedern ermöglichen, Ihre Freizeit frei zu verbringen. L-Einstellung des magnetischen Widerstands. Die achtstufige Einstellung des magnetischen Widerstands würde verschiedene Anforderungen erfüllen. L7-Lochverstellbarer Sitz. Es gibt sieben Löcher zur Einstellung, damit Sie es in Ihrer bevorzugten Höhe einstellen können. L-LCD-Bildschirm. Digitales LCD-Display zur Überwachung der Körperdaten beim Sport. L-Transportwellenrad. Das Transportwellenrad sorgt für den bequemen Transport und die Bewegung. L-Becher, Endtelefon, Parthalter. Getränkehalter zum Nachfüllen von Wasser während des Sports und Telefon, Parthalter zur Unterhaltung. L-Durchdachter After-Sales-Service. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie während der Installation Fragen haben. Produktspezifikationen. Maximale Tragfähigkeit 120 kg. Magnetische Widerstandsstufen 8. Sitzverstellungslöcher 7. Maximale Sitzhöhe 15 cm. Schwungradgewicht 5 kg. Verpackungsgröße 79,5 Stern 28,0 Stern 55,0 CM. Produktgröße 68 Stern 51 Stern 130 cm. Bruttogewicht 22 kg. Nettogewicht 19,8 kg. Im Laufe der Jahre ist Tipps zur Sporternährung stärker geworden und hat eine Präsenz in Deutschland aufgebaut, die unser gesamtes Sortiment sowie Ideen und Ratschläge zur Organisation, Vereinfachung und Aufräumung des Lebens bewirbt. Household Storage Solutions ist eine führende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, deutschen innovative Organisations- und Aufbewahrungsprodukte für zu Hause und im Büro anzubieten, die ihr Leben vereinfachen sollen. Sie finden die gesamte Produktpalette in unseren Stores und auf unserem YouTube-Kanal weltweit. Als wir A Place for Everything in Sarikheim.com auf den Markt brachten, hatten wir zwei verschiedene Ziele vor Augen. Einzigartige hochwertige Aufbewahrungsartikel anzubieten und jedem Kunden innovative Lösungen anzubieten, die sein Leben vereinfachen und ein positives, organisiertes und inspirierender Ort zum Einkaufen und Arbeiten in Deutschland. Wir haben begeisterte und leidenschaftliche Mitarbeiter, die mit dem Wissen ausgestattet sind, multifunktionale Aufbewahrungs- und Organisationslösungen anzubieten, die auf die Lifestyle-Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten und zugeschnitten sind. Weil es für uns wichtiger ist, ihr Zuhause zu verbessern. Bei Großbestellungen können wir nach Ihren Wünschen anpassen und je nach Menge Sonderpreise anbieten. Wenn Sie mehr als fünf zufällige Artikel pro Bestellung kaufen, erhalten Sie mehr Rabatte. Für Großhandelsbestellungen wenden Sie sich bitte über belinda.jendros61.gmail.com an den Hersteller. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren Sie uns, um mehr Videos zu sehen. Savemaniadwiz findet Social Media Prominente und bedient die gemeinsame Auswahl von 10.000 erfahrenen Amazon-Verkäufern. Helfen Sie ihnen, die Videoerklärungsmethode zu verwenden, um die Funktionen des Produkts, die wichtigsten Punkte, Verwendungsmethoden, Fähigkeiten und eine One-Stop-Lösung für die Offsite-Marketing-Probleme von Amazon-Verkäufern objektiv und wahrheitsgemäß zu erklären. Wir helfen Ihnen, bei jedem Online-Einkauf Geld zu sparen. Das Gleiche? Wir arbeiten mit den besten E-Commerce-Unternehmen zusammen und durchsuchen das Internet, um exklusive Coupons und Sonderrabatte in Ihren bevorzugten Online-Shops zu finden und anzubieten.